Ich glaub noch immer daran, ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt und wenn es jetzt beginnt. Das ist für mich möglich, weil ich an der Hochschule der Dienstschaft an der Kompetenz der Logistik studiere. Manche Menschen sehen meinen Beruf als Arbeit an dem Lader im Lagerhalle. Schwierige Vorlesungen und Seminare Unendliche Essays Untertitelung des ZDF für funk, 2017